Ich habe hier immer noch zu tun. Ich gehe jetzt in die Höhle hier rein. Vielleicht kannst du dort unter uns auch die Erze fahren. Hier sind Pilze. Höhlenpilz. Und schon wieder ein Lager. Hier kannst du Sand oder Clay oder sowas fahren. Clay brauche ich mittlerweile wieder. Eine leckere Zutat für viele Mahlzeiten. Aber nicht für die, die wir haben. Ich komme da nicht hoch, scheiße. Ah, so ja. Da ist nämlich noch eine Kiste. Vielleicht haben wir ja Glück und da ist eine Metallbahn drin. Kann man sich nicht irgendwie... So kann man sich ducken. Okay. Boah ey. Hä? Ich bin hier echt Volltime-Job gerade, Ike. Och, leck mich doch am Zipperli, ey. Ich kann nicht mal das Boot verlassen, weil Möwe ist hier, heilt hier. Ja, ich komme gleich. Hast du nicht gemeint, du hast Mangos an? Melon und Ananas. Okay, ich habe Mangle irgendwie verstanden. Egal. Scheiße, ich glaube, die habe ich rausgeschmissen. Ja, ist doch nicht schlimm. Hier sind noch ein paar Bäume, keine Sorge, die man abholzen kann. Oh, da kommt Lord Schwein schon wieder. Ich soll die doch hierher locken, ne? Hast du gesagt. Mhm. Gucken, ob der Arsch hier runterkommt. Du kannst ihn, oder kannst ihn halt zum Boot... Oh! Der kam von der Seite an, das misst viel. Äh, Pilze mache ich in die Essenskiste mit rein. Wo will der denn jetzt hin? Hey! Hä? Wo habe ich denn jetzt mein... Ist hier... liegt hier mein Speer? Nee. Hier oben auf der anderen Uferseite ist ein Päckchen. Boah, läd mich am Arsch. Alter, jetzt kann ich... geh mal raus, ich will die Pilze reinmachen. Ja. Ich kann die hier nicht rein tun. Man muss die doch irgendwie anpflanzen können. Keine Ahnung. Ich muss erstmal hier leerräumen. Eine Mango, eine Ananas und eine Kokosnuss. Oder die Kokosnuss nicht, keine Ahnung. Nee, Kokosnuss nicht. Hast du das Schwein schon getötet? Das ist ja einfach abgehauen. So eine Schweinebacke. Das müsste eigentlich da sein, wo du gerade hinläufst. Ja, ja, da kommt's angerannt. Dann bring's doch mal her. Spielen doch mal Köder. Boah, siehst du aus? Ich renne jetzt erstmal weg davon. Ja. Ja, die ist echt englisch. Das ist echt englisch. Ich brauche dich. Ich kann die Menschen einblasen. Geräusche. Ich denke, die sind am differentiateнали. Ich bin natürlich einig. Ich bin echt gnatsch. schwein ich seh nicht da unten brauchst du dich grad und meine axt ist kaputt ach du suchst dir den einfachsten weg hier hoch du arsch hau bloß ab von mir ich glaube ich hab noch mal erz gefunden ich brauch schon wieder eine axt es ist eindeutig zu viele bäume schwein scheiße das ist schon als wären haie nicht schon schlimm genug haut ab piranhas kugelfische ok ich bleib auf der insel aber trotzdem scheiße ich schweigen das verfolgt mich jetzt auf schritt und tritt diese kugel fischer mini brill auf das sieht so geil scheiße scheiße ich töte dich scheiße ouch ich bin vergiftet arschloch schwein verrecke wie soll man denn hier erze ich bin gleich tot noch das viele bescheid auf wie so ein 31er es nimmt mich vorne auf seine haue und dann schüttelt das mich durch die gegend erzelt ich hab gar nichts mehr keine axt kein sperr es gibt hier keine axt auf dieser insel leck mich fett lecker ich glaube aber da sind 20 minuten schon seit 50 rum die nächste aufnahme ist schon seit 6 minuten an ernsthaft jaja ich erkläre dir dann warum ich weiß wieso aber trotzdem ich hab ihm halt gesagt dass ich anscheinend wenn die aufnahme ja komm beiß es kaputt du kackfie mann ich hab keinen sperr ich kann mich nicht verteidigen ich kann den Hai nicht abhalten geil so wo bist du denn? auf dem boot gerade und die löcher die der Hai gemacht hat noch flicken ist halt schon klar dass Niko mir zuschaut also der weiß selbst irgendwann haben wir eine aufnahme zu ende du hast dich doch unsichtbar geschalten man kann den leuten trotzdem zuschauen ich kann dir auch zugucken überstehen lol ok aber man dürfte nix hören hören tut man nicht aber er kann ja die Zeit sieht er ja ja muss erwarten der weiß ja ungefähr muss erwarten warum bist du so stinkig gerade? ne bin ich nicht bin ich nicht ne ne ich brauch nen Bolzen und Metall ach komm leck mich ey ja ich doch auch für den Netzwerfer ich für Werkzeug hier Alk warte mal schmeckt noch besser wenn du keine Luft mehr aus Fleisch hast ja ok kann ich jetzt sowieso noch nicht essen da ich so gut wie voll bin da ich so gut wie voll bin scheiße ich kommt denn nochmal so eine Insel das ist jetzt die Frage Mann ich denke nicht wir müssen halt hier wirklich erstmal tauchen was dich halt schwer erstellt oder geh halt wirklich mal in deine Höhle rein mal schauen ob dort ne da brauche ich eine Schaufel für und da gibt es nur Sand oder Lehm da gibt es keine Ärzte war ja schon drin kurze Taucherflasche anziehen hier. Hä? Lol. Was hat mich jetzt vergiftet? Scheiße ey. Oh ey, knapp, ich habe das Wildschwein getötet. Läuft, ich bin gerade mal unter Wasser, also ich finde hier Haufen mit Teilschrott. Der ja eigentlich nicht schlecht ist, aber... Wir haben eigentlich auch vorerst genug. Du leckst schon wieder. Ich rede gar nicht. Oh, hier sind ein paar Erze. Ich habe da ein paar Erze gefunden. Ach du Scheiße, hier geht es ja noch weiter. Ach du Heimatland. Äh, ich kann die Erze hier irgendwie nicht abbauen. Das ja, das nicht, okay. Hier sind zwei, ein Kiste, ein Bolzen, hier ist Haufen mit Teilschrott. Und Erze an der Wand. Ja, Metallerz. In welche Kiste hast du das reingelegt? Welches? Äh, das Leder. Das habe ich noch im Inventar. Oh so. Nicht absaufen! Scheiße, meine Atemmaske ist kaputt. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus das was ich in den Tab 7, 8, 10, 12 Erz, 13, 14, 15, 16, genug Metallerz. Gut. Sicher, dass es Metall und nicht Kupfer ist? Nein, Metallerz. Ich baue es gerade ab. Das Problem ist nur, ich habe keine Atemschutzmaske und das geht hier sau tief runter. Oh, hier geht es noch weiter. Guck mal bitte, was du dafür brauchst. Und für Schwimmflossen. Die würden wir hier und jetzt das Leben retten. Ich brauche ewig zum Offtauchen. Seetang. Leere Flasche, was brauche ich für eine leere Flasche? Plastor bestimmt. Und noch mehr Glibber. Ich habe gerade... Ah, mir fehlt Seetang. Ich habe gerade... Warte, das kann ich dir gleich mitbringen. Hier war doch irgendwo was. Hier. Ich habe gerade aktuell... Wie viel Seetang brauchst du denn? Acht Eisenerz. Da ist es erstmal nur für dich curved 6. Wow, ich habe gerade 5 eingesammelt. Mehr kriege ich hier irgendwie gerade nicht. Ja gut, reicht glaube ich auch. So. Ufff. Alter Schwede. So. Sauerstoffmaske schonmal für Ike. Ich habe hier. So. 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 Das wäre eigentlich praktisch wenn wir mit dem Boot an die Seite fahren wo die Ärzte sind. Ich weiß. Ike, wo bist du? Hier. So. 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 Was ist deine Priorität? Netzwerfer oder sicher? Mach erstmal da den Netzwerfer! ja hier unten war das mit dem vorkommen gut und ab geht dann der Peter geht da sehr gerät 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 he Niko über, äh Quatsch, Ike überlegst dir, ähm, Niko bietet an, dass er auch nächste Session kommt, falls es, weil es ja ein bisschen blöd erscheint, wenn er, auf allem in der nächsten Aufnahme da wieder dabei ist. Also will er jetzt nicht kommen, oder wie? Okay. Er lässt dir die Wahl, weil du gerade aufnimmst, ähm, ob er dazukommen soll, wegen dem, ähm, Folgenschnitt, ob das einigermaßen in Ordnung ist, oder ob er erst nächste Session dazukommen soll. Wenn du zurückkommst, ich hab nen Netzwerfer für dich. Ja, du kannst auch auf die Insel gehen. Da ist nichts... Dann warte ab, bis ich fertig bin und dann gehen wir zusammen auf die Insel, ja auf die Insel. Alter, ich bin schon wieder total neben der Spur. Also ich habe jetzt nochmal einen neuen Metall-Erz. Ich war hier recht ergiebig. Eieieieiei. Das hört sich nicht gut an. Nö, passt alles, aber in den nächsten 1.200 Meter ist schon wieder der nächste Punkt. Dann weißt du noch, wo man hin, Segel, 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 alles klar. Segel, also soll ich ohne dich jetzt losfahren. Tschüss. Ja, stimmt, ich warte, bringe noch das Eisen, dann haue ich ab. Nö, dann halt ich jetzt selber. Hehehe. Ich könnte halt gerade ernsthaft nur mit dem Zeug, was ich hier loote, mich auf der Insel niederlassen. Ja toll, was bringst du? Bist du ewig lang verfolgt von Wildschweinen, ja und? Na, was ist verfolgt? Du willst ja wieder einen PC haben. Ich habe hier unten Steine, ich habe Ärzte dabei, ich kann mir alles aus Metall machen. Ne, aber ich meine jetzt gerade, du willst ja auch wieder einen PC haben. Ach, da war ich zwei, dreimal dran bis jetzt. Sonst hat Nico das immer gemacht. Ich meine echt, du bist ja wieder in die Zivilisation. Ja, ob wir das hier schaffen. Keiner. Hier unten ist echt nichts bei dir. Nö. Wo ist eigentlich der Hai? Da. Hab ihn gesehen. Ich brauche wieder Plastik, weil der da angeknabbert hat der Arsch. Ich sage mir so, Plastik ist nicht das Problem. Naja, noch nicht, bald schon. Das, ich haue erstmal wieder alles hier rein. Wofür braucht man nochmal Pine Blätter, weil irgendwie haben wir davon stackweise zu viel. Ja, brauche ich dann für oben, wenn ich vielleicht nochmal so ein kleines Vorder für das Vogelnest baue. Das Bett steht ja schon wieder hier. Ja, ich muss dich ja wiederbeleben. Echt? Das kann doch nicht sein, ey. Immer dieser Egg. Sollte ich nochmal auf einer anderen Seite der Insel gucken gehen, oder wollen wir weiter? Ey, warst du doch noch nicht auf der anderen Seite der Insel? Äh, aber nicht unter Wasser. Achso. Ganz ehrlich, wenn dir noch so ein Vorkommen ist, was soll's, ich komme auch nochmal mit. Achso, genau. Du wolltest doch wegen hier dem Viehzeug. Ah ja, stimmt. Schwarte hier oben. Wo ist er denn? Wo ist der Netzwerfer? Ach, hier irgendwo. Ich bin hier oben in der Rotebüter. Keine Munition. Oh, müssen wir jetzt erst noch ein Netz lernen. Äh, ich schau mal. Ja, ich guck noch mal rum, ob ich Bäume looten kann, oder ob die Roten Bären wieder nachgewachsen sind. Nee, Netz ist irgendwie nicht dabei. Brauchst du vielleicht Seile? Ja, ich sammle, ne? Stimmt, Seile könnte ich in den Winter... Habe ich welche? Nö, habe ich zum Beispiel nicht in den Winter. Ähm, ansonsten einfach mal so ein Sammeln... Nee, keine Munition. Tu mal so ein Käfernetz herstellen, vielleicht geht das ja auch. Können wir, ja? Ja, können wir. Brauchst du ja keine... Ich will jetzt wissen, was der für Munition braucht eigentlich. Kann ja nicht sein. Lass mich da hoch... Hei ist tot. Ja, ich bin gerade erst mal auf der Insel und... Oh, Ananas... Hier oben war ich noch gar nicht, okay. Hier sind noch mal rote Bären. Niko? Ja, ja, ich bin schon im Ladescreen. Achso, okay. Ich dachte, du wärst schon hier drauf. Nochmal rote Bären... Aber ich krieg keine Samen aus dem Gebüschzeug. Allein Gebüschzeug. Aber ich hab gerade alle Bäume abgeholzt hier oben. Hattest du die noch nicht weggemacht? Ernsthaft nicht? Nee. Die Axt war doch kaputt gegangen. Ja. Und dann hatte ich mit dem Wildschwein zu kämpfen. Hey, was ich erlegt habe. Du kannst bei dem Wildschwein, der ja eigentlich super leicht merkt... Wenn du diesen Anlauf machst, brauchst du nur zur Seite springen. Ich weiß, ich war aber hier oben an der Klippe gefangen. Das Vieh hat mich in die Ecke getrieben. Und ich hatte es zwei oder dreimal gehittet gehabt. Und dann musste ich weg, weil sonst wär ich down gewesen. Also, kann man sagen, du wurdest von dem Wildschwein besiegt. Vertrieben. Besiegt nicht, es hat mich ja nicht down gehauen. Ähm, Vertrieben ist noch schlimmer, Eike. Hm, ne, find ich nicht. Einfach von der Wortwahl eigentlich. Vertrieben ist... Klingt bescheuerter als... Oh. Oh. Geil. Meine OBS zeigt doch Blackscreen... Ups. Alter, was ist denn das überhaupt für ne fette Insel? Unser neues Zuhause. Ah, ok. Wär schön, ne? Boah. Generell, ich glaube, Eike hat sowieso... Noch ein paar... Ein paar was? Neue Regelungen aufzustellen, oder? Weil... Ein paar was? Weil... Neue Regelungen aufzustellen. Regelungen aufzustellen. Ups. Ich freu ins Wasser. Ja, das machen wir dann, wenn wir unterwegs sind. Jetzt machen wir erst... Boah, Nägel. Wir machen erst mal das hier jetzt. Achso, hier deine zwei roten Bären. Die kannst du wieder haben. Hier sind noch ein paar Samen. Ja. Ist der Hai immer noch tot, oder lebt der wieder? Geh mal noch tot sein. Das geht ja nicht so schnell. Eigentlich. Oh, doch, das geht so schnell. Ja, heilig wieder. Ja, Eike hast du das ganze Metall? Ich brauche nur noch zwei Stück, damit ich brauche es vorerst nicht mehr. Nur so zwei Stück. Achso. Ja, das Boot ist endlich wieder safe. Jetzt greift auf einmal die Metallteil an. Ich hoffe es, dass es safe ist. Ich gucke gerade noch mal. Ja, du merkst es ja, wenn er wieder knabbern anfängt, Eike. Ne, ich will nur gucken, weil hier waren zwei Löcher drinnen. Und ich bin aber der Meinung, ich habe alle gestopft gerade. Ja. Gut. Jetzt können wir das Eisen für was anderes verballern. Zum Beispiel Werkzeug für Eike. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Blätter. Ja. Gut. Aber kann ich bauen. Alter, ist das so eine riesige Insel. Habt ihr die einfach so gefunden? Ja. Ähm. Vogelnestkacke. Wo baue ich denn den Mist hin? Man müsste sagen, irgendwas finden, was weit weg ist von uns. Das Problem ist, auf der zweiten Etage sind wir halt auch häufig unterwegs. Dann machen wir das ganz einfach. Ähm. Eine dritte Etage. Einmal das kurz weg. Ah, ich zerstöre wieder sein Schiff. Nö. Ich baue hier oben nur alles ab ganz kurz. Bis auf die Baumplantage. Ähm. Batterie aufnehmen. Jetzt lass dich doch mal abbauen, du kack Ding. Jetzt. 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 Hör. Hör. Pff. Wie kommst du jetzt auf Stranded Deep? Keine Ahnung, weil das das gleiche Verhalten eigentlich ist wie bei Raft. Wo du das bei Stranded Deep auch auf die Inseln bauen kannst. Könnte man hier rein theoretisch auch. Ja. Ja. Glaube ich nicht, du kannst doch die Fundamente nicht auf einer Insel platzieren. Kann ich da mal testen. Was zum... Da ist dann Tabuzone für Nico. Wo? Da drin. Warum? Weil dein Nest stehen wird. Nee, nee, das steht oben drauf. Ja, aber Alter können wir auch nicht unten rein, wenn's oben drauf ist. Wir dürfen in einem Radius. Was bedeutet oben, unten, rechts, links dürfen wir in der Nähe nicht sein. Na klar, unten dürfen wir es sein. Nee, Radio. Nee, weil von unten scheuchen wir die Viecher ja nicht weg. Tun wir leider. Weil die fliegen auch durch das Dach. Werden wir doch sehen. Ich mach das... Äh... Ich mach jetzt erst mal das Dach hier dicht. Ähm, Ike? Ja? Ja. Willst du die Antenne so legen, dass wir die ganze Zeit... Passiert auch nix. Nein, aber du bist doch der, der eigentlich schon in Bonn... Ja, es geht aber nicht anders, Darko. Ich sag's ja nur. Ich mein, wir sind ja echt wie in Immersive Engineering 1 von 2 von 2, wo man Stromschläge von den Hingern bekommt. Das stimmt. Ähm... Hier. Seine. Kannst du halt gerne noch die Inzimmer anschauen. Äh, hab ich schon. So, teilweise. Boah, ich hatte dann auf einmal... Du hast... Oh, Alter, was leckt denn das von mir? Darko, hast du noch Holz? Ich muss grad echt überlegen, wie funktioniert... Ähm... Ja, klar. Ne. Nö. Hab keins mehr. Ähm... Wie funktioniert das, hä? Keine Munition. Was? Ja, der Netzwerfer. Wir haben ja auf dieser Inzittiere gehabt. Und der braucht irgendeine Art Munition, also Netz wahrscheinlich. Mag schwaaa... Ich glaub, ob du das erforschen kannst im Erforschen. Hab ich schon. Da gibts nix. Okay. ich brauche sechs holz und dann könnte man mal was testen habe ich leider nicht ich weiß aber ich drücke immer wenn ich ins inventar gehe und dann weil ich so fettfinger hat gerne mal das u mit dazu hier sind tiere auf der insel hier ist ja die leben lassen bitte wir wollen die halt einfangen wie viel brauchst du jetzt sechs gegen vor mir und der minima auf aber kopf hat die folge nicht gebraucht oder ja kopf war weiß hat nämlich immer 20 kopf haben wir haben ja auch noch 40 die man für so ich habe das noch nicht hergestellte studie einfach weil ich hatte ja nur eine folge die was sich unten im inventar hat von da ist so 15 ich habe jetzt genug seile dabei das braucht wiederholz ach du scheiße habt ihr schon netzkanister ausprobiert aber dafür bräuchte ihr halt hier so exklusives pulver und ich weiß nicht woher man das bekommt haben wir davon nicht schon irgendwas ich war auch der meinung das gehört zu haben als auf der jacht bei der jacht hier ist nichts drinnen ich habe auch nichts im inventar keiner kiste ist aber was dann hatten wir es noch haben wir das haben vielleicht verwenden müssen für keine ahnung ganz ehrlich die nächste insel wird doch safe auch noch ein tier dafür ist ja vor allem steht auch einfach nur da geh an tiere und macht dann warte mal was steht jetzt hier ich teste das jetzt einfach mal wo ist denn dieser komische gockel das ist viel schneller als ich als roadrunner ich habe es jetzt schon mit so einem sammelnetz versucht aber das bringt auch nichts das sammelnetz ist ja nur zum sammeln von gegenstecken aber ich gehe wirklich dafür davon aus dass wir dieses dingens brauchen das war ja dann darf dann würde ich sagen darf nico jetzt die tiere töten und dann kann man vom wenn sie erstmal wieder abhauen weil wir alles hier haben ja ich brauche übrigens das holz ich auch glaubt denn es ist doch irgendwo ein baum gewesen wenn ich gesehen hatte da dann holst du ihn ab nee ich habe nur eine steine achse habe ich auch nur noch komm ich habe noch eine komm herr gobel hallo mich stellt ist das viel bitteschön ne sag ich doch wo er war nach ach stimmt da hinten ist noch ein baum hab ich ernsthaft eben übersehen ja und ich sag mir so der ist wirklich zentral also gut zentral war ich nicht ja komm einfach mal auf die insel die siehst du eigentlich sofort ne ich bleib jetzt auf dem boot die zeit nehmen wir uns ne ich bleib jetzt auf dem boot egal was du sagst Alter ich fau mir gleich im bogen alter trinkt er nicht viel das sind halt mehr als zwei schläge aus ja und jede tier hier hält mehr als zwei schläge aus ja aber ein kleines scheiß kleines hühnchen also bitte wenn ich damit einmal mit so einem eisenstab reinstechen würde während vier sind tot ist es halt nicht scheiß spiel engine hallo jetzt bleib stehen du trägst viel ja da hinten ist wasser so jetzt stirb nein nein wie ich hab sich einmal getroffen au wie baut man sich denn den kackbogen nico lass es oh ich hab nur drei scheiße was denn drei ich brauche noch drei holz für einen scheiß speer ey das holz den bringt gar nix ich fahr gar nicht mehr für den hai ich hab ja einen du hast einen du hast einen stirb du hast einen ich hab keinen ja aber reicht ja erstmal wenn einer hat weil so warten wir jetzt auf nico können los haben und dann treibt genug holz hilft sich dazu so das meine ich ich hab keinen nein ich hab eine kartoffel aus dem fass gefischt ja jetzt nico komm jetzt einfach